Zurück bei Life is Strange Ähm, ich musste bei der letzten Folge spontan abbrechen, aber Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm Wir haben uns ja schon erkundet und so Aber bei Cindy war mir noch nicht Miss Grant is a great science teacher Miss Grant So, wir wollten auf die Toilette und da gehen wir jetzt mal hin Ich finde immer noch die Musik so klasse So, was ist Tier Graffiti Rachel Amber is a bitch Und so I'm good to flow, thanks Was ist das? Ah, Tamponschminder Ah, so So, this poster must drive people to have sex Abstinenz macht das jetzt liebevoller Du kannst ohne Sex lieben und lernen Die Zeit ist auf deiner Seite Genau wie der gesunde Menschenverstand, also nutze ihn Graffiti Kate Kate Twerk Gott Oh Gott Oh Gott, nein Oh nee Oh Oh Nee, echt nicht Ansehen The last time I got a flu shot I got the flu Fuck you Lass dich gehen und Grippe impfen, bevor die Grippe dich erwischt Mach dich heute immun Ist halt echt so, ne Ich hab mich impfen lassen und danach war ich erstmal zwei Wochen down Erstmal benutzen So Aber das poster eh Ja War doch bis jetzt richtig geil Also das War es halt nicht so cool war Das war Ne Im Unterricht Ja Ähm Wir hatten ja Victoria Getriggert Wir haben Mark Jefferson getriggert Wir haben einfach jeden getriggert Der Schmetterling So So Wart dein Typ alter Geh den Smicheltu Wart dein Typ Wart dein Typ Nicht stresst Du bist okay, Mann Just 3 Nicht Angst Du Hähnst du diese Schule Wenn ich es wollte, ich könnte es abnüfen Du bist der Boss Also was willst du? Das ist ja auch ein geiles Wort. Oh! Wow, was ist das? Wie kann das sein? Ich war in der Bühne. Er schluchte diese Frau. Ich habe meine Hand. Und dann bin ich hier zurück. Ich habe schon gehört, diese Lektion. Von Licht zu Schatten. Von Color zu Schatten. Jetzt, Kate wieder zu schluchte. Und wenn die Telefone von Victoria ringt, das ist wirklich. Oh, shit! Kannst du mir einen Beispiel von einem Fotografen die die Menschheit in der Schmerz und Schmerz? Okay, wenn ich verrückte, dann könnte ich wieder gehen. Kann ich tatsächlich die Zeit? Warum Arvis? Weil von ihren Bildern von Hopeless... Ich habe es. 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 Ich bin eine Menschheit. Ich bin eine Menschheit. Wer? Wer? Max, keine Angst. Noch nicht. Da geht's, Victoria. Es ist das gleiche schmerzende Bild. Keep es zusammen, Max. Haben wir dann? Haben wir dann? Ich weiß, ich weiß, es ist für real. Ich weiß, es ist für real. Ein schlusses Wort für eine wunderbare Fotografische Tradition. Und Max, was ist der? Ah, ja. Ups, das ist das so. Ich kann es dir sagen. Ja, das habe ich total vergessen. Oh, so weit war mir noch nicht. Oh, jetzt habe ich euch gespoilert. Jetzt, Max. Ohhhhh. Ohhhhh. Ähhhh. Mir ist schlecht. Ich muss zur Toilette. Beim Lehrer mir ist schlecht. Er zieht immer. Er zieht immer. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Kann ich mich entschuldigen? Schön, Max. Aber dann gehst du nicht weg. Wir können noch nach der Klasse sprechen. Ist es jemanden, der weiß, der seine Stimme ist? Jefferson will mich nach der Klasse bleiben. Und ich brauche Zeit, die Mädchen zu retten. Die Mädchen zu retten. Ein Prozess, die den Porträten einen scharf reflektiven Stil, wie ein Schild. Jetzt bist du total in der Retro-Zone. Schmerz. Sehr gut, Viktoria. Was, wenn ich mich nicht gewöhnt habe? Ich habe mir eine Antwort. Haha. Ich kann hier die Zeit so gut drehen. Wie geht denn das noch mal schneller? Wir haben welche Zeit? Ja, da. Ja. Überspringen. Ähhh. Ja. Die. Da. Die... Die... Max ist so weit entfernt von Batman. Hey Leute, nicht vergessen, dass man nicht überspringen kann. Oh, was ist das? Ja, wissen wir. Genau. Max, du bist nicht verrückt. Du träumst nicht. Du träumst nicht. Es ist Zeit, um ein alltäglicher Hero zu sein. So. So, ähm, das Foto brauchen wir doch nicht mehr machen. Computer, das wissen wir ja schon alles. Papierkugel. Stimmt. Aber jetzt zuerst gehen. Äh, ich weiß nicht, dass ich einen habe. Ja, ich bin nicht sicher, dass ich einen habe. Entschuldigung, dass du selbst die Ausführung hast, ich bin sicher, dass du über 1000 Pics hast. Es dauert lange Zeit, um einen guten guten Pics zu finden. Max? Nicht warten zu lange. John Lennon sagte mal, dass Leben ist was passiert, während du beschäftigst mit anderen Plänen zu machen. Gehen jetzt. Ei, ich rede mal. Essentially, ich versuche dich zu verhallen, Entschuldigung sorry, ich bin entscheidend. Ähm, dass John Lennon sagte uns, ich war schon. So, dann wollen wir, dass eine Mädchen retten. Was? Eigentlich muss sie das doch gar nicht machen. Dann die Butterfly flew in, und ich habe eine Fotos. Geh sie weg von dieser B****! Ich kann sagen, dass alle, Nathan Prescott ist ein Puck-Aß, der begleitet wie eine kleine Mädchen und spricht mit ihm. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du bist. Wo hast du das gemacht? Was machst du? Komm schon, mach das Ding runter! Okay, ähm, ähm, mehr Zeit verschaffen. Viel mehr Zeit. Weg! Komm mal! Ah! Mehr Zeit! Es gibt ja, ähm, eine Vorgeschichte zu Life is Strange, nämlich, äh, Life is Strange before the Storm. Nur, man spielt in der Vorgeschichte nicht Max, sondern Chloe. Ihre, seit Kinderzahlen, beste Freundin, für die halt abgerutscht ist, weil... Kleiner Spoiler! Spoiler! Äh, die blauhaarige ist nämlich, äh, Chloe. Also, ha! Spoiler! Dieser Tipp ist einfach nur ein Achtschlag. Mehr nicht? Ich kann ihn schlagen. So, an den Direk... An den Direktor kommen wir sowieso eh nicht vorbei, also... Sprechen. Du bist ein bisschen stressig. Bist du okay? Ich bin... 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 Jetzt fängt er an... Ähm, mir auf die Pelle zu rücken. Sollen wir jetzt nie vermelden oder die Wahrheit verbergen? Ähm... Zum einen... Niefen... Niefen... Ist ja ein... Ein Kind von Reichen. Also, ich glaub nicht, dass man den einfach so... Ha! Verhoffen kann. Also, das... Da spricht was für die Wahrheit verbergen dazu. Zum anderen... Er... Trägt... Illegal... Eine Waffe mit sich. Ähm... Und... Das muss halt mal... Man kann's ja mal ansprechen. Ja? Also... Ich bin... Dafür... Nathan zu melden. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Für mich... Das sache... Differenzialiert... Das ist ja then! In mir... Ich bin... Ich bin... Ich bin jetzt mit der Rest von der Klasse, Frau Caulfield. Natürlich wird dieser Drone Academisch nicht tun, denn die Prescott-Familie hat Blackwell jetzt. Darf ich rewinden und verändern meine Geschichte? Oh. Aber trotzdem will ich mal sehen, was passiert, wenn wir ihn nicht melden. Du siehst ein bisschen... Ich habe gerade in der Klasse getötet. Ein Mädchen. Aber du bist überwinden, wie ein Zombi. Und du denkst, dass das erste Mal ein Studenten benutzt diese Länge auf mich? Das ist die Wahrheit. Ich fühle mich in der Klasse des Mr. Jefferson. Just erzähl mir, was du schweigst. Du kannst mir glauben. Es gibt nichts zu schweigst. Ich habe getötet. Es passiert, du kennst. Es ist das Team Toot wieder. Ich habe genug gehört. Ich glaube, dass ich nicht weiß, was passiert hier passiert. Du hast nur hier seit drei Wochen, und du hast bereits ein Konflikt. Ich glaube, dass deine Eltern verhindern, wenn sie herausfinden. Jetzt fliehen mit der Klasse. Bitte. Nein, er hat das überhaupt nicht gekauft. Ich habe einfach nur geflucht meine Scholar-Shift nach dem Toiletten. Ja, ich könnte mich rewinden und eigentlich erzählen ihm die Wahrheit. Ha! Also der schreibt jetzt Max Eltern, was losgefallen ist. Und jeder weiß das Schlimmste, was eine Mutter sagen kann. Ist nicht, ich bin böse auf dich. Das ist nicht schlimm. Das Schlimmste ist, wenn eine Mutter sagt, ich bin enttäuscht. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine Mutter sagt, ich bin enttäuscht. Nein, es gibt nichts Schlimmeres. Deshalb meine Entscheidung, wir werden ihm die Wahrheit sagen. Ich bin ein bisschen stressig. 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 Das kennen wir ja schon. Jetzt können wir ja. Zum Schulgelände. Ich bin ein bisschen stressig. Blackwell Academy. Das ist nicht so schön. Mit Nathan Prescott, bitte kommen zu den Pfund. Danke. Rachel Amber. Sie sieht so sehr hoffen und schön. Ich wundere was mit ihm. Ähm, vermisst seit dem Montag, dem 22. April 2013, sonstiges Alter, 19 Jahre, 1,65, das Grat war 20 cm kleiner als ich, Gewicht 50, aber sie wiegt genauso viel wie ich, haaa... Haa, Haare blonde und Haselnussbrauen, Tattoos ein Drache auf der Wade, Haa, Drache, Trakaris, Daneris... und eine Sternze auf der Innenseite des drehenden Handgelenks. Rachel Anne bei 19 Jahre steht schon oben. Nennen Sie sich mit Informationen bitte an Sheryl von Alcadia Bay. 555 388 6 0 2 0 Läuft. Okay. Ähm. Gehen wir aber mal zu den Bildern. Äh. Wir müssen nämlich paar Bilder schießen. Ähm. Ich glaub hier kann man sogar Bilder machen. Ich glaub sogar. Ja. Ja. Ist es überhaupt. Huh. Okay. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauch eine Ausrede nicht zu lernen. Bitte. Seht ihr auf jeden Fall Necromantic auf meinem Stick an Mohohohoho. Mad Max. Lass uns Kram in die Luft jahren. Moment. Ich muss für nen Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jahren muss ich da 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 ja. Sorry. Bin später ein verrückter Tag. Seh dich aufm Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bist gleich. Hoffentlich. So. Aber jetzt. Ah. Hier. Kann man dann die Bilder von in den nächsten Episode ansehen. Wisst ihr was. Ich guck mir jetzt mal die Bilder an. So. Aber dass ihr nicht gespoilert werdet schneide ich das ganz praktisch aus der Folge raus. Ha. beißen und auf. Da kommt noch mal die ribeif�te Tr exchanged auf Talren und auf. Riesen. Stehten darfce. Dann schauen wir bestimmt. Wirklich schnell. Die harten. Wirklich? Ok, ihr habt mir gerade die Bilder angesehen und ach du schon, sind schon paar heftige dabei, sind schon heftige dabei, als ob die über die Person geschrieben haben. Ok, ähm, machen wir weiter. So, ansehen. Ist das? Ja. Ok. Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrasse? Yo. Oh, ja. Oh, ja? Bring it. What's your first move gonna be? Äh, jump? You're such a poseer. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Yo. Wartein Typ. Wartein Typ. Wartein Typ. Äh. Wartein Typ. I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tray flip. Oh sick, you're not a poseer. Nah, I just can't skateboard shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Was willst du sehen? Ähm. Tree flip. Ah, Geil. Ich hab eben ein Dreieck getrückt. Trevor? Trevor Phillips? Oh. Oh. Ha. 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 Tatsache da ist es. Ha ha. 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 σωher hätte ihnen geholfen Und was machen wir Foto! Ha. ch hoffe der kann noch Kinder kriegen! Oh Ha. O. Ha. Danel. Sprechen. Facebook. Wow. Wäre mir eine Ehre. Jawohl. Daniel. Habt ihr eben gehört, wie der das Ehr geräutert hat? Rachel Amber. Rachel Amber. Rachel Amber. Äh, was ist mit dir passiert? Alter. Sie ist von der Klebe gesprungen. Alter. Warte, super gespielt. Ja. Oh Gott, nee. Jawohl. Mousse. Oh, that's a good posture. Oh. Oh. Oho. Good. Good. Yeah, der Typ. Was ein Typ, Alter. Rachel Amber. Alter. Das ist geil. Äh. Äh. Hä, wieso? Diese Tat wird Konsequenzen haben. Wieso? Obwohl, Konsequenzen können gut und schlecht sein. Das ist bestimmt eine gute Konsequenz. Gibt es noch etwas, wo man Fotos machen kann? So ein Einscheinchen. Aber ich denke nicht, dass hier eins ist, oder? Oh, 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 oh. Rrrr. Fotoalbum. Kann ich das mal sehen? Evans Portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Oh. Ähm. Ha. Leute. Wisst ihr was? Ich google das mal. Aber zuerst. Ähm. Ich denke, dass es vielleicht Robert Kappa war. Fallender Soldat. Tatsache. Es wurde von Robert Kappa geschossen. Robert Kappa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Hm. In der Harten bin ich gut. So. Äh, wir lesen das Buch, aber dann ist auch schon die Folge vorbei. And Rachel Ambers face is mesmerizing. And Rachel Ambers face is mesmerizing. Das ist Rachel. Rachel 2012. Hm. Und was ist mit dir passiert? Die kann doch nicht von der Klippe springen oder so. Rachel Amber, die ist ja wirklich überall bekannt. Die, die kann doch einfach nicht einfach weg sein oder. Oder, 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 die, 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 die kann auch nicht einfach so, ähm. Ähm, na. Einfach von der Klippe springen oder so. Es geht doch nicht. Ah, na. Hm. Da ist Cindy. Cindy aus Marzahn. Cindy. Und Cindy aus dem Block. Ah, das ist auch schon wieder. Ah, das ist auch schon wieder. Ja. Oh Gott, so komplizierte Themen. Kameras, das ist so für mich so eine Zweckmühle. Zum einen, es verletzt einen Teil der Privatsphäre. Ist so. Also, und zum einen, Kameras, können wir vieles bewerten. Also, Ah. Eieiei. Zum einen, es ist hier ein Wohnheim, da wohnen die Schüler drin und das verletzt eindeutig die Privatsphäre. Also, Sowas wäre gut, aber ich könnte es nicht gut heißen. Überall Kameras, Wohnheim, Fluren geht ja noch. Ja? Nur die Fluren, dass man halt ein bisschen, ne? Ja, aber Klassenzimmer. Könnte ich vielleicht noch verkaufen. Aber, Toiletten. Wohnheim, Sporthallen. Und sicherlich auch in den Kabinen. Das ist ja, also, ne, komm. Ne, sowas kann ich wirklich nicht unterschreiben. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Nicht unter... Ja, ein, eine Petition ist doch dagegen, oder? Nein, dafür, oder? Ich unterschreibe jetzt mal einfach. Ich versuche jetzt mal zu unterschreiben und... Ja, ich versuche jetzt mal was anderes getrückt, aber... Ja, ich versuche jetzt mal was anderes getrückt, aber... ...und... 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 ...so, aber... ...unterschreiben. ...absolutlich. ...I don't mind security, but not pure surveillance. Ja. ...I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Also... ...im bestem Willen. Ich kann das wirklich... ...ich kann sowas nicht zulassen, das ist einfach. ...und... ...s ist für mich so... ... 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 Das könnte ich wirklich nicht zulassen, ach so. Naja, aber die Folge ist bestimmt schon lang genug, deshalb werde ich mal mich verabschieden. Wenn das euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, wenn euch mein Kanal gefällt, dann würde mich ein Abo freuen und aktiviert danach bitte die Glocke, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Bis dahin.